Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Dishonored 2 und wenn ich noch mein Kopfhörer reintue, also sprich meine Stecker, weil ich spiele ja immer mit In-Ear-Kopfhörer, also so auch Stecker, weil die großen Kopfhörer, da höre ich mich selber nachher nicht mehr, das ist immer doof. Ja, komm her. Moment, ich muss... Moment. Dich will ich gar nicht haben. Dich will ich gar nicht haben. So. Die Aufnahme läuft noch. Gut. Wir... Was brauchen wir jetzt eigentlich nochmal? Ich hab's schon wieder vergessen. Hehe. Alter, ähm... Den Tresor öffnen. Achso, ja, dazu brauchen wir den Schlüssel. Und wer hat diesen scheiß Schlüssel eigentlich? Wie soll ich jetzt bitte an den Schlüssel kommen? Kannst du mir das mal sagen? Fuck it. Ähm... Vielleicht haben wir ja Glück ganz oben. Leg mal Zahn zu hier. Sehr schön. Wir gehen mal ganz nach oben. Vielleicht... Ähm... Hat der Typ selber den Schlüssel? Könnte er sein, ne? So, hier sind wir oben. Und irgendwo lag doch hier der Typ rum. Oder er ist im Thronsaal. Das könnte natürlich auch sein. Hier lag doch irgendwo der Typ rum. Was haben wir hier? Kann ich hier was mitnehmen? Einmal Munition müsste ich mitnehmen. Können. Jawohl. Konnte ich auch. Gut. Der war doch irgendwo... Der Baron. Der liegt doch hier irgendwo. Hat der vielleicht einen Schlüssel? Aber ich hab doch hier schon alles durchsucht, Mann. Alter. Mir geht es ja schon ein bisschen... Äh... Auf den Keks manchmal. Liebe Grüße an den Ernie an der Stelle. Ähm... Ja, nicht weil es mir auf den Keks geht, sondern einfach... Ich weiß nicht, Ernie, wie geht's dir? Diese ewige Sucherei. Suche dies, suche das. Das nervt. Da liegt er doch. Aber ich kann hier... Das ist er doch, der Penner. Aber ich kann hier... Nichts machen, ne? Alter. Ich soll die Tresortüre öffnen. Und mit was? Müsste ja theoretisch irgendwo ein Schlüssel sein. Was ist das? Teil eines Mechanischen. Das nutzt mir immer gar nichts. Hm... Das nutzt mir alles nichts. Ja, den haben wir schon mal abgehört. Hm... Keine Ahnung. Brauch ich alles nicht. Nutzt mir alles nichts. Die Aussicht ist schon geil. Uah... Ja, aber das bringt mir doch alles nichts hier. Hm... Schlüssel. Schlüssel. Wo krieg ich den Schlüssel her? Alter... Im Tresor war ja nichts, der unten in dem einen. Da haben wir ja... Ähm... Warte mal. Hab ich irgendwie... Ich hab eine Rune, die mir wahrscheinlich nicht weiterhilft. Arkt viel. Ja, ich kann ja nur fünf ausrüsten. Ja, ist egal. Lalalala... Äh... Mhm... Oh... Zur Tür ist der Tresor verschlossen. Er findet den Tresorschlüssel. Okay... Und wo... Und wo finde ich den? Hm... Interessant. Gut... Das ist ja nicht einmal ein Bett. Seins will ich auch haben. Hier haben wir alles schon durchsucht. Alter... Hier waren wir auch schon 20.000 Mal drin. Scheiße. Was haben wir hier? Nichts. Gut. Hab ich eigentlich auch Quest-Gegenstände? Kräfte, Knochen-Artefakte... Äh... Ziele... Kräfte... Oh ne, hier wollte ich ja nicht hin. Warte mal. L2... Missionshinweise... Aber... Er ist verschlossen. Der Herzog hat den Schlüssel. Der Herzog hat den Schlüssel. Hä? Der liegt doch da oben, der Herzog. Hä? Wie jetzt? Der Herzog hat den Schlüssel. Ja... Mhm... Gut. Aber der Herzog... Wo... Wie komm ich nochmal da hoch? Ne, hier nicht. Äh... Lalalala... Hier auch nicht. Ähm... 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 Wo war das? Da, 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 da... Der Herzog hat den Schlüssel. Ja, aber... Äh... Mh... Okay. Okay. Gut. Der Herzog hat den Schlüssel. Der würde ja nicht im Badezimmer haben, oder? Was haben wir hier? Hier haben wir auch nichts. Hier haben wir auch nichts. Gut. Der Herzog hat den Schlüssel. Ja, der liegt doch da oben. Da... Ich weiß nicht, wo oben ist. Wie ich da hinkomme. Ähm... Da komm ich hoch. Den kann ich nicht plündern. Da... Da liegt doch der Herzog. So, tragen kann ich den. Ja, aber ich kann ihn nicht plündern, ne? Nö. Äh... Der hat den Schlüssel. Aber wo? Hier ist kein Schlüssel. Das haben wir hier auch nichts. Hier haben wir noch so einen Trank. Den kann ich nicht mitnehmen. Weil wir voll sind. Ja, so langsam läuft es in dem Spiel einigermaßen. So vom... vom... vom Schleichen und von den Kämpfen her. Was haben wir? Ey, wir hatten so viele Bücher. Ey, alter Schwede. Vielleicht hier irgendwo... zwischen den Büchern oder so. Wäre ja jetzt mal so eine Vermutung gewesen. Mh... Mh... Aber anscheinend nicht. Ne, bringt mir gar nichts. Da auch nichts. Verdammt. Hier ist kein Schlüssel. Den 100 Jahre rumsuchen. Alter. Jetzt hat er den unter dem Bett versteckt. Hallo Schlüssel! Verdammt. Mh... Da ist kein Schlüssel. Sie vergessen. Oh, ist auch schon ein bisschen zu Bruch gegangen. Der hat doch hier keinen Schlüssel, oder? Ne... Alter... Ne... Hier ist nichts. Ne... Die Musik ist geil, muss ich ehrlich mal sagen. Oh je... Der liegt hier aber... Der Typ. Hm... Hm... Bringt mir nichts. Alter Schwede! Ich mein, das muss doch irgendwas... Auf sich haben hier, oder? Na? Na? Nein! Junge, mach mich mal nicht... Kirre hier! So... Einmal... Zweimal... Dreimal... Ne... Warum kann ich gerade diese Tasten spielen? Hm... Ist doch komisch. Na? Ich hätte jetzt irgendeinen versteckten Mechanismus vermutet. Weißt du? Den da... Nein! Das gibt's ja nicht, oder? Den da... Warum klingt das jedes Mal anders? Hm... Komisch... Schlüssel... Hier ist kein Schlüssel... Mikrofon... Kann ich das... Bewohner von Kanaka... Ich bin ihre Herrscherin Emily Drexel Lila Caldwin... Ich kam hierher nach Kanaka, dem Juwel des Südens... Mit einem klaren Ziel... Den Herzog von Serkonos abzusetzen... Ihn bezahlen zu lassen für seinen Verrat an mir und seine Verbrechen an ihnen... Den Bewohnern dieser Nation... Ich bin die Kaiserin, doch mein Vater ist Serkonia und euer Blut fließt durch meine Adern. Ich werde nun nach Dunwall zurückkehren, aber... Herzog Luca Abele ist tot. Ich will die Krise beilegen und schleunigst einen neuen Herrscher in Serkonos einsetzen. Damit alles möglichst unterbrechungsfrei vonstatten geht. Ich sage ihnen lebewohl und bitte sie Glauben und Loyalität zu bewahren. Ich spreche bald wieder zu ihnen. Keine Ahnung, ob das was bringt. Wir haben es halt gemacht. Hey du, komm her! Hey! Nö! Was denn? Arschgesicht! Na dann! Naja, wenn man eine Lautsprecherdurchsage macht, dann muss man damit rechnen, ne? Hehehe! Alter! Da ist aber auch nichts drin hier. Schlüssel! Na toll! Also ich finde das Spiel schon geil, also da gibt es nichts, aber... Wenn ich jetzt hier dran denke, dass ich jetzt hier schon wieder ewig rumsuche... ...völlig planlos... ...da nervt mich das ein bisschen. Ganz ehrlich... Ohne Witz! Hier ist doch nichts, Mann! Hier ist doch nichts, Mann! Okay, ich glaube hier können wir noch lange rumsuchen. Hier, da können wir auch nichts machen. Gehen wir eine Etage tiefer. Hi, was ist mit dir? Bevor du da noch länger in der Ecke kauerst. So! Legst du dich da hin? Genau! Da kannst du schön schlafen! Süße Träume! Schlaf gut! Hm... Haben wir hier irgendwas? Kann ich mir ja gar nicht vorstellen, aber gut... Gehen wir hier rein. Was hat der? Nichts... Nichts, was uns weiterhilft. Äh, diese Augen, ne? Das sieht irgendwie seltsam aus. Hier haben wir auch schon alles durchsucht eigentlich. Vielleicht irgendwas übersehen, ich meine... Wäre ja nichts Außergewöhnliches. Hier oben vielleicht. Auch nicht. Nee, auch nicht. Hm... 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 Feuerchen... Ich meine, die Atmosphäre in dem Spiel... Ist schon der Hammer. Oh... Nee, kann ich nicht nehmen. Weil wir voll sind. Munition ist voll. Was haben wir hier? Alter, wo soll ich denn bitte... Was ist das denn? Warte mal, was ist da unten? Nee. Hier haben wir nur die Schreibmaschine. Ja, gut. Super. Vielleicht... Kann ich die ja irgendein mal in den Kopf schmeißen. Schwer genug wär sie, ja? Äh... Da, 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 da... Mhm. Alter... Gibt's doch nicht, oder? Gibt's doch nicht, oder? Was haben wir hier eigentlich? Gut. Was immer mir das bringen soll... Mal weiß es nicht. Mal weiß es nicht. Hm... Ich hab hier nichts gefunden, ne? Habt ihr irgendwas gesehen? Nein. Auch nicht, oder? Kann ich hier was öffnen? Nein. Alter Schwede... Haben wir hier noch was, was ich mitnehmen kann? Nö. Ich war doch schon überall. So ziemlich zumindest. Gibt's doch nicht. Rüber da. Danke. Alter... Mit dem kann ich nichts anfangen. Hm... Kann ich hier irgendwas machen? Hm... Das sieht auch komisch aus. Alter... Und das auch? Hm... Veröffnen kann ich hier auch nichts, ne? Schönes Feuer. Gemütlich. Ja... Mhm... Auf dem Locust würde ich den ja wohl nicht versteckt haben. Wobei, wer weiß, ne? Ja... Kann ich nicht mitnehmen. Kann ich nicht plündern. Alter... Was haben wir hier noch? Verfaulte Birne... Nein, danke... Kann ich drauf verzichten. Dankeschön. Hier haben wir auch nichts. Hier vielleicht. War ich hier schon? Ja, offensichtlich. Was ist das? Was haben wir hier? Nichts. Was? Oh... Man hätte es ja auch öffnen können einfach. Ja... Aber das macht halb so viel Spaß, weißt du? Ja... Warum steckt man sowas in Gläser? Muss man das verstehen? Muss man das verstehen? Hier ist auch nichts. Ich mach jetzt alles kaputt, so. Haha... Alter... Hä, das nervt mich grad hier. Schlüssel... Suche den Schlüssel... Lalalala... Alter, wo denn? Was soll denn der sein? Gibt's doch nicht. Hab ich dich da reingelegt? Oder... Oder... Wieso tot? Hm... Hm... Hat ich dich selber in der Badewanne ertrinkt, oder was? Haha... Eine Klospülung ist ja geil. Ist zu geil. Na gut. Okay... Gut, gut. Was haben wir hier? Mhm... Die zwei. Gut. Die Lala und der... Abele, oder wie er heißt. Okay, hier haben wir eine Tür. Hier geht's raus. Das mir auch nicht wirklich was bringt. Alter... Gibt's doch nicht, oder? Hm... Nur so. Einfach... Just for fun. Kaffee? Kaffeetasse! Naja, ist wohl eher eine Teetasse. Sei's drum. Rennt also immer noch irgendwo jemand rum? Ich dachte, ich hätte schon alle ausgeschalten. Ja, ja... Schlaft ihr nur. Alter, das gibt's doch nicht, oder? Kann ich dich plündern? Nein. Noch ein Feuer. Ah, hier könnte ich mal was essen. Energie wieder auffüllen. Klavier. Wer dreht sich da herum? Brauchen Sie was? Hm... Bringt gar nichts. Ja, Rune oder Knochenartefakt in der Nähe. Und in der Nähe ist auch relativ. Was? Hm... Das bringt mir alles gar nichts. Da waren wir auch schon drin. Hm... Ich hab keine Ahnung. Wo soll ich den Schlüssel finden, bitte? Okay. Was haben wir hier alles noch? Ungefallener Hocker. Mhm. Gut. Hast du irgendwas bei dir? Ne. Auch nicht. Ne, super. Hier haben wir auch nichts. Du hast auch nichts. Hast du irgendwas bei dir? Ne. Du vielleicht? Nee. Was ist das für ein komischer Tisch? Billiardtisch mit so komischen Dingern da drauf? Wobei ist es nicht, ne? Hm... Hier kann ich auch nichts machen. Alter... Du wirst ja bescheuert. Was soll ich denn noch suchen überall? Was soll ich denn noch suchen überall? Hm... Was haben wir hier hinten? Was haben wir hier? Nichts. Na toll. Und hier? Richtig auch nicht. Macht nichts. Hingelegt wird, Schnauze gehalten. So. Gut. So. Ein Empfang nach dem nächsten. Und die Saison hat ja erst begonnen. Echt wahr? Na komm. So. Gut. Gefällt mir. Mhm. Mhm. Nun nutzt mir das ja alles nicht hier. Verfaulte tivianische Birne. Warum verfault? Ich mein, wer ist verfaultes Zeug? Alter... Was haben wir hier? Genau. Wer bist denn du? Hi. Doch, doch. Nichts. Wo bin ich jetzt gelandet? Mhm. Hm. Wer bist du? Knochenartefakt. Okay. Nehmen wir natürlich gerne mit. Mhm. Was ist das denn? Betäubungsbolzen. Sehr schön. Whiskyglas. Da hat wohl jemand das Weite gesucht. Wo sind wir hier unten? Okay. War ich hier eigentlich schon? Ach, hier sind wir wieder. Okay. Naja. Mhm. Ja, wir waren hier. Genau. Und dann sind wir da durch. Mhm. Gut. Die Frage ist, was bringt's mir, ne? Nichts, so wie's aussieht. Ist voll. Hm. Hier ist auch nichts weiter. Ich mein, hier können wir uns hinlegen. Eine Runde kuscheln. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Gut. Hm. So, und weiter. Hier... Hier waren wir auch schon. Hi. Du legst dich auch hin. So. Plündern. Münzen. Gut. Ja, je weniger Leute da rumrennen, je besser. Machen wir schon keine Probleme mehr, weißt du? Ja, hier. Jetzt bin ich wieder hier. Na super. Aber ich hab keinen Schlüssel, verdammt ich. Hm. Hm. Ist ja toll. Hm. Hm. Was steht das haben wir hier? Habe ich auch noch was übersehen? Was haben wir hier hinten? Ah, hier war ich ja auch schon drin. Ja, 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 ja. Was rüstet das Herz aus? Was soll denn hier in der Nähe sein? Ja. Ja, ja. Das Ding ist bestimmt im Tresorraum. 100 pro. Alter. Gebt mir das grad auf den Sack, hä. Es geht mir grad ziemlich auf den Sender. Auf die Eier. Ja. Eieiei. Hm. Da hoch. Wenn ich nicht schon überall gewesen wäre, weißt du? Kann ich nicht blindern. Hier waren wir auch schon überall. Kann ich nicht blindern. Alter. Kann ich auch nicht blindern. Kann ich dich blindern? Nein, natürlich nicht. Mhm. Ich glaub das bringt gar nichts. Ich hab mich aus dem Zimmer geschlichen, wenn Mutter für Vater gespielt hat. Mhm. Mhm. Gut. Kann ich auch nichts blindern. Ich werde kirre. Ich werde echt kirre. Fauliges Zeug. Das will ich auch nicht essen. Was haben wir hier? Auch faulig. Auch faulig. Alter. Ich glaub hier geht's raus, ne? Gut. Hast du noch was? Nö. So. Hm. Schlüssel. Na toll. Ich mein, wir können uns frei bewegen hier. So ist es nicht, ne? Was hast du noch? Münzen. Da hinten liegt noch einer. Kann ich nichts blindern. Wasser. Hey, das sieht schon geil aus hier, ne? Jawohl. Boah, das sieht jetzt geil aus. Ach, hi. Stimmt, da war ja noch was. Ähm, warte mal. Warte mal. Warte mal. So. So. Danke. Kann ich was mitnehmen? Nö. Ja, hier sind wir hergekommen mal ursprünglich vor. Ich weiß nicht, wie viel Folgen bisher ist. Nämlich von da. Ja, das ist alles schön und gut, aber das bringt uns ja alles nichts hier. Auf jeden Fall ist keiner mehr da, der uns hier aufhalten könnte, großartig. Was ich schon mal ziemlich gut finde. Aber wo zum Teufel soll ich den Schlüssel herkriegen? Und ich hoffe, wir finden das raus in der nächsten Folge von Let's Play die Sonne 2. Bis dahin. Have a nice day. Ciao, ciao. Oh,